Geil. Steine. Hast du da Steine gefunden oder? Ich hab gesagt grad Stein. Ah, ich will ein großes Lagerfeuer, wär schon geil. Ja, aber dafür muss ich mehr Steine finden. Ah, wenn ich jetzt wüsste, ist das Wurm noch. Ich hab's auch gefunden. Deine Kack-Pratze. War ich ja ganz nah. Da haben wir ne Wüste. Da sind ein paar Kaninchen. Ah, ein Weg hab ich gefunden. Super. Das ist schon mal gut. Hier ist auch ein Weg. Oh, hier ist ein Wiederbelebungsstein. Sauber. Zwei Stück. Oh, hier ist eine Falle schon aufgestellt worden. Das ist super. Die stellen wir gleich wieder auf. Okay. Okay. Okay, das ist super. Hier sind viele... ...Hasen. Viele, 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 viele Hasen, Hasen, Hasen. Hasen, Hasen, Hasen. Oh, der erste Tag ist gleich schon um. Äh, hol die halt hin. Warte, warte, warte. Ja, noch geht das mit dem Tag. Aha, es geht auch noch ein. Geht auch noch besser. Ja. Dass du erstmal keine Nacht hast für ein paar Tage. Okay. Weil du das schon gesucht hast, weiß ich ja. Das wär echt übertrieben. Ja, aber... Ja. Nachher ist das geil. Kannste dann... Hab ich meine eigenen Kaninchen nachher mal reingeschmissen. Dann haben die halt immer überlebt. Ja. Nur wenn ich eins brauchte oder Hunger habe, hab ich wieder ein Ding reingeschmissen. Mann, bist du gemein. Ne. Doch. Steine wären jetzt geil. Also... Ich hab ein Holz brauchen noch. Weil ich höre ein bisschen länger wegbleiben. Ja. Dann treffen wir uns nachher wieder am... Am Portal, oder? Würde ich sagen. Ja, klar. Machen wir natürlich wieder das Camp auch. Ja. Immer das Beste, wenn du am Portal bleibst. Ja, und danach weiter unten ausbaust. Ja. Jetzt will halt nur Stardust und Stein. So, für ein Feuer habe ich schon mal was. Vielleicht hol ich jetzt mal noch einen Baum ab. Ach, dauert das ja. Und ich will halt fette Steine für ein großes, dickes Lagerfeuer schauen. Ja, ich such halt gerade Stein. Drei habe ich schon. Ja, ich hab drei. Also haben wir schon mal sechste. Spinnengro. Aber die Minimap hilft, dann kann man so ein bisschen auf der Karte gucken, wo was ist vielleicht. Ja, das sag ich ja. Das ist schon ganz geil. Das ist echt praktisch. Brauchst du die große Karte in jedem aufmachen? Ne. Aber ich glaube, ich habe vorher die Karte geöffnet, aber konnte die kleine Minimap wieder nicht erneut widerrufen. Die war dann geschlossen. Irgendwie. Kannst du hier auch. Eigentlich. Das ist ein Glätter. Ne, vorher war sie weg. Komisch. Ja, fand ich auch irgendwie, dass es... Normaler ist ja close and open, aber dann war sie auf einmal weg. Ja, bist auf schlecht. Ah, ich sehe Steine. Super. Wow. Drei, vier, sechs Bienenester. Oh, geil. Da kann man später so ein... Ne, wir leben miteinander. Da kann man später die geile Pflanze hinstellen, die ich schon mal... Spinn. Ja, ich hab auch Spinn. Und lieber ab vor den Viechern. Und da ist noch ein Stein. So, das dicke Lagerfeuer, das kommt näher. Ja. So wurde ich im TS angestupst. Hab ich mal Zeit hätte? Ne, hab ich nicht. Ne, hast du nicht. Wieso nicht? Wo kommt das? Aufnehmen. Warum hast du keine Zeit? Ne? Oh, Gold. Gold, 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 Gold. Ne, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ooooooh. Fackel. Nein, direkt neben Stein. Kannst du bitte mal ne Fackel bauen? Danke. Der wollte grad keine Fackel bauen. Oh. Das ist tuf, tuf. Setz sie auch an. Ein bisschen... Feuer machen. Ein bisschen Mini-Essen. Feuer. Feuer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn ich jetzt Abigails Schwester rufe, den Geist, ob sie bei dir in das Gehirn runter macht. Klar. Weil die ist eigentlich ganz gut, wenn ich... hm... bisschen attacken will, irgendwo. Steh mir mal ins Lagerfeuer rein. Geht nicht, schade. Aber er kann immer da rüber rennen. Zu knusprig werden? Jaja. Ach komm, Tag, hau ab. Ich will den Stein ja abbauen. War im Arschkrieg. Hehehe. Ich geh gleich zurück zum Lager. Und setz da schon mal... das große Feuer hin und brab mir das Essen. Fertig. Ja, mach mal. Was brauchen wir für die Maschine? Brauchen wir vier Steine. Mhm. Dann fehlt mir noch ein Stein, glaube ich. Könnte ich die Maschine eigentlich auch schon bauen. Na, die baue ich gleich. Oh komm, wird schon wieder Tag. Los Hopper. Wirklich. Man geht doch. Ohohohoho. Glück gehabt. Letzten Moment. Nein. Mit Gold. Hm, hab ich auch. Neben hat er geleckt beim abbauen. Ja, weil er gerade gespeichert hat. Ja. Oh, keine Spitzsacke mehr. Er drammelt die Spitzsacke gewöhnt. Und dann hat er nicht abgebaut. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja. Bisschen blöd, das stimmt. So blöd wie du. Und ich glaube wir machen anfangs keine Steinwände, sondern einfache Strohwände. Okay. Ja, wir müssen viel Stein suchen, das ist das blöde. Oh, ist gut dann. So. So, so, so. Din, 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 din. Warte mal, erkunden erstmal. Oh, hallo Schweinchen. Hallo. Hallo Centos. Ja, vielleicht bist du ein Schwein, ich weiß. Das kostet mir denn später, ne? Blämchen. 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 Du willst Blümchen von mir? Verstehe Blümchen immer? Was haben die Blümchen immer gebracht? Gehirn. So. Gehirn? Immer Blümchen sammeln. Mein Gehirn ist auf 200. Na guck mal, meine alte hat nur 190. Schleicht. Hat wenig Schaden. Denk ich. Du bist schlecht. Voll schlecht, die alte. Du bist schlecht. Gute Attacken. Wurzeln bist du schlecht. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Aufzulegen beim Laufen. Was n'her? Leck, 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 leck. Den Weg langlaufen. Hallo Killabinchen. So. Da ist das Portal. Ja. Fünf Meter zurück wieder. Da mach ich schon mal ein fettes Feuerchen. Wo mach ich das denn am besten hin? Direkt neben dem Ding? Würde ich so. Sag Steine, Steine, Steine. Jo. Steine, Steine, Steine. 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 Hallo. Großer Vogel. Wie geht's? Der mit dem einen Auge? Ja. Der Glubschi. Ich dachte der greift mir grad ein, aber passiert ja nicht. So ein Ei von ihm hab ich noch nicht gefunden. Naja, das brauchen wir später. Da ist ein Nest ja, aber kein Ei drin. Okay, komisch. Oh, meine Schmerzsacke ist kaputt gegangen. Oh nein. Ja, warum haut er mich? Ich hab doch grad gar nichts gemacht. Pissvieh. Fick dich. So, das haben wir. Survival. Backpack. Arschgeigenvieh. Arschgeigenvieh. War wahrscheinlich zu nah am Nest dran. Zwei. Drei. Ja klar. Drei. 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 Än bisschen. Ja, ich bin mal quer durch den Wald rin. Mmmmhh. Ja, leck doch mal wieder, alles klar. Dacke, das ich da nicht bauen kann. Drei. Dull muss gleich einen Pool rein. Entschuldig damit. so ich habe keine axt doch hat man schnell noch ein baum ab essen muss ich unbedingt ich habe gar nicht drauf geachtet muss ich weiter runter laufen schweine oder jacks müssen wir finden beinahe ich ja gefunden war viel zu weit weg vielleicht findet sich noch irgendwas bist du eigentlich links an ich weiß jetzt nicht wie du deine karte gedreht hast keine ahnung sich gefragt wie du dein oder wo ist welche richtung das ist das portal ob es nach links weiter runter geht oder nach rechts aber wenn ich weiß wie deine karte gedreht ist ein bisschen blöd